Berlin hat die Wahl. Am 24. September wird der Deutsche Bundestag gewählt. Welche Kandidaten stehen zur Wahl? Mit welchen Konzepten wollen sie die Hauptstadt im Bundestag vertreten? Position und Meinung TV Berlin fragt nach. Peter Brinkmann und Harry Perlinger im Gespräch mit Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Montags 20.15 Uhr und dienstags bis freitags täglich um 21.15 Uhr auf TV Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017